Hallo, hier ist Anita aus Italien. Ich möchte euch gerne mein Master Stylist Model genauer vorstellen. Wir kommen ja auch direkt von der Bühne runter. Das ist Marie. Marie, wie ihr seht, hat einen sehr texturierten Style. Was ich bei ihr gemacht habe, ich habe im Oberkopf eine quadratische Abteilung gemacht, die unverbunden zu dem unteren Teil bleibt. Unter dem Quadrat noch zwei kleine Quadrate, die das Ganze noch unverbundener machen, für einen schmäleren Shape. Im hinteren Bereich habe ich eine gerade horizontale Outline geschnitten, danach vertikal abgeteilt und das alles in einer diagonalen Cutting Line eingeschnitten. So bleibt es am Oberkopf kürzer und im unteren Bereich automatisch bekommt es mehr Gewicht. Sobald der hintere Teil fertig geschnitten ist, habe ich mir die zwei kleineren Quadrate vorgenommen. Das Ganze wird gerade nach oben gezogen. Automatisch bleibt der obere Teil kürzer und der untere länger, damit hier die ganze Versuch schmäler wird. Das Ganze bleibt unverbunden nach unten. Hier bleibt das Gewicht und die Länge behalten. Am Oberkopf wird das Ganze in einem Quadrat eingeschnitten, unverbunden nach unten, mit viel Textur und mit viel Bewegung. Die Point-Cut-Technik wurde eingesetzt. Das Ganze wird dann mit einer Curl-Tream ein wenig getwistet, mit einem Diffuser geföhnt. Zum Schluss habe ich einen Limiter benutzt, um dem Ganzen noch mehr Textur und Bewegung zu geben. Der Style wird noch mehr edgy, ihre Locken werden noch mehr betont und das Ganze bekommt noch einen cooleren Style.